Das, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist eine gute Frage. Die Ratte nehme ich natürlich mit. Gib den Kopf ab! Er saß seit zwölf Monaten, deswegen... Hm. So, die gute Dame ist jetzt jagen. Waffen verboten, hier darf... Oh, okay. Was sind da für Leute? Banditen oder sind das irgendwelche... Gesetzeshüter? Ich weiß das gar nicht. Wir müssen ihn köpfen! Nein! Das kommt automatisch. Kannst du ihm Bescheid sagen, dass du resubst? Ja, es steht oben irgendwas, dass du eine Info geben kannst, dass du resubst hast. Ich weiß ja nicht, ob es automatisch abgezogen wird. Hast du mal deinen Sub umgestellt, Per, weil sonst wird der an dem Datum, wo du den ersten Sub gemacht hast, schon umgestellt. Ja, dass man den Sub kündigt und dann, wenn man resubben möchte, den dann neu eingibt. Ich glaube, dann ist das auch billiger. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Stufe 1 ist oder für alle Stufen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass die Leute, die vor dem 22. oder so noch einen Sub haben, dass sie das kündigen sollen und dann nochmal neu ein Abo abschließen. Weil es dann ein bisschen billiger wird. Man muss dann nicht mal diese Steuern zusätzlich zahlen. Nein, dass er den erhöht hat. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin fast wieder gegen den Baum gerannt. Nein, warte! Fuck! Bleib mal stehen! Hab dein Geweih! Jetzt hängt es wieder an zu regnen. Das war super. Hab nichts gemacht und mein Resub wäre erst, ähm, der 26. Okay. Ähm, kannst du bei Abos schauen, was da genau steht? Wenn nicht, dann kündige das erstmal. Und wenn es ausgelaufen ist, dass du es dann wieder resubst. Aber nicht, dass sie jetzt doppelt und dreifach alles abziehen. Das wäre komisch. Nicht, dass da jetzt ein Fehler ist. Kann auch schon früher gewesen sein. Ich weiß es nicht. Pudge ist da echt komisch manchmal. Ich habe jetzt keine Nebenaufgaben mehr. Hab jetzt alle gemacht, die man machen konnte. Also jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm, hier gibt es noch zwei Pferde anscheinend. Was ich machen könnte, ist mal zum Hela reiten. Ich... Lass ich mal ein paar Sachen verkaufen. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge angesammelt. Steht da nicht nur in drei Tagen verlängert und bei der Anerkennung ist es heute. Ich würde sicherheitshalber einfach mal den Sub, äh, deabonnieren. Sagt man das so? Ich weiß das gar nicht. Einfach stornieren. Und wenn der Sub bei dir weg ist, dass du es dann nochmal neu machst. Einfach sicherheitshalber. Ich habe keine Ahnung. Das heißt ja auch mit PayPal, ne? Ist ja mit PayPal, ja. Steht da die normale Summe? Also nicht, dass da jetzt irgendwie was anderes abgebucht wird. Zur Kontrolle. Bei Twitch macht er halt auch leider Fehler. Das muss ich sagen. Es ist Geisterzeit, was? Was? Uhuhuhuhu. Wow. Und alles in Ordnung bei dir, oder? Was ist da gerade los? Was? Keine Ahnung, was ich... Okay. Naja, du könntest ja nachgucken, aber... Ich weiß leider auch nicht, warum es jetzt früh abgebucht wurde. Wo bist du? Okay. Das war, mach. Gewicht gut in Form. Puh, okay, es wird besser. Yay, mein Pferd ist wieder gut in Form. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass es unterernährt ist. Da steht's. Sehr gut. Bei uns ist das natürlich noch ein bisschen problematisch. Tolles Wetter. Und wo reite ich bitte hin? Ja, ich seh kaum was. Ach komm, sehr ruhig, Killer. Stattig gesehen ist erst um 4 Uhr Geistzeit, weil die meisten von mir noch paranormalen Aktivitäten gesehen werden. Das sind einfach die Leute, die übermüdet sind und irgendwas mit ihren Augen sehen. Und heute Nacht werde ich wahrscheinlich heimsuchen, weil ich das jetzt gesagt habe. Jetzt ist Zeit der Eulen, das ist schon gruselig genug. Also wirklich, das ist ja nicht dein Ernst hier, mich anzugreifen. Also, sowas geht doch nicht. Warum habe ich die jetzt eigentlich killen? Hier ist nicht mal was drin. Das Schlimme ist, ich glaube sogar, dass es paranormales wirkt. Ein bisschen habe ich auch Angst. Weil manchmal ist mein Zimmer sehr gruselig. Oder wenn ich alleine im Haus bin. Da kommen die schlimmsten Geräusche ever. Ich lege dann echt mit dem Baseballschläger im Bett. Das ist einfach so. Dass ich ein sicheres Gefühl habe. Auch wenn es mir null bringen würde. Das Schlauste ist dann noch Horrorfilme zu schauen. Das ist die beste Idee ever. Das Einzige, was ich für paranormale halte, ist, wenn ich mal keinen Hunger habe. Bei mir ist es umgekehrt, wenn ich richtig übertriebenen Hunger habe und es nicht mehr aufhört. So diesen Fresswahn. Dann kriege ich auch Angst. Weil das nicht so üblich für mich ist. Hallo. Kopfgeld willst du sein? Habe ich Kopfgeld? Nein. Sind wir so krank, dass wir... Er hat doch jetzt gar nicht gehustet. Okay. Kann ich mich hier hinsetzen? Ach, da liegt ein... Hä? Okay. Darauf habe ich jetzt gar nicht geschaut. Und die spielen hier. Wow. Kann man machen. Komm mal her! Komm her! Du darfst hier rauf. Ach man, komm her! Du sollst nicht da im Regen stehen. Ja, so ist fein. Naja, bist du jetzt... Halbwegs. Halbwegs bist du drin. Boah, habt ihr den Blitz gesehen? Geil. Easy there, girl. Krass. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, das soll nicht nass werden. Komm her. Komm. Ich dachte gerade, es brennt. Wow. Meine Augen spielen mir auch Streichel. Gegen der Lampe. Guck mal, mein Pferd möchte mitmachen. Oh, mein Pferd tut mir so leid. Das Pferd hilft beim Schummeln. Ja, genau. Richtig, aber er müsste dann hier stehen. Hier so. Boah. Ich komm mit. Nein, das war ein Scherz. Ich will nicht mitkommen. Kann ich auch vom Blitz erschlagen werden? Das wäre jetzt richtig traurig, wenn das jetzt passiert. Also, wenn wir im Regen stehen, ja, anscheinend steht es drauf. Oh, das wird gerade mit den Hufen die Zahlen der Leute durchgegeben. Oh, das wäre so krass, wenn das gehen würde. Ich würde immer gewinnen. Ich glaube, das Pferd steckt in tiefen Depressionen. Also, mit uns reisen, das kann ich mir vorstellen. Bis zum Morgen warten. Okay. Vielleicht ist es ein besseres Wetter. Nein, das ist sowas krank. Ich bin definitiv nicht. Ich bin genau mittig im Flur gelaufen und auf einmal, bam, hat mich was angerantet. Was beispielsweise? Es hat mich was am Heli... Was? Ich kann nicht mehr lesen. War nix zu sehen. LSD. Ja, das ist für andere schwer zu glauben, Killer. Wenn man das selber nicht so erlebt hat. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hey. Ich wollte doch zum Hehler. So. Jetzt erstmal verkaufen. Ich müsste einiges haben. Ich möchte es eigentlich nicht verkaufen. Goldzahn. Ja, komm. Weg damit. Ist es eigentlich schlimm, wenn ich die Zigarettenbilder verkaufe oder kann ich die behalten? Oder muss ich die behalten? Ich weiß halt nicht, ob ich die verkaufen darf. Also hier steht zwar ein Preis, aber ob das jetzt... Hier ist zum Beispiel was doppelt. Gefunden habe ich sie ja. Ich weiß halt nicht, ob es dann in die Liste reinkommt, dass ich das gefunden habe und die dann nicht mehr brauche. Es gibt keine Geister und Gespenster. Das sagt mir jedenfalls die blutende Wand immer. Na schön. Darauf muss ich jetzt was kurz essen. Was ist sehr hart. So, habe ich noch irgendwas? Ja. Ach so. Ja, ich wollte noch was kaufen. Warte mal. Du hast die besten Sachen ever. Machete? Oh, wie geil. Kriegsbeil. Geil. Schlachterbeil. Huh. Kann ich die Sachen alle werfen oder kann ich damit die Leute... ...hauen? So, jetzt muss ich aber mal gucken. Oh mein Gott. Oh yeah. Oh nein, das freut mich gerade. Warte, ich kann jetzt die Bösewichte mit einer Machete. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich das an dir ausprobieren. Ich glaube dir das auch, weil Random der Boxer in meinem Zimmer anfängt zu schaukeln, obwohl nichts ihn berührt hat und kein Luftzug da war. Oh mein Gott. Hört auf mit solchen Geschichten, ich kriege wirklich auch dein Paranoia. Weiß jemand, ob das hier ein Banditenversteck ist? Also ein Räuberversteck von den... Ich habe keine Ahnung, was es hier für Räuber gibt. Oder ob es den Gesetzeshütern gehört. Weiß das jemand? Weil sonst würde ich das angreifen. Weil es ist rot eingekreist. Vielleicht kann ich da einen schönen Raubzug starten. Ich weiß es nicht. Bossy Playing, schönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Du hast einen Vor... Ja, ich frage ja nur. Vielleicht weiß jemand, ob da sich Banditen eingenistet haben. Hätte ja sein können. Weil die nehmen sich doch auch immer, was sie hier haben möchten. Ich greife es nicht an. Okay. Ist vielleicht auch eine gute Idee, dass ich das... Geht nach hinten los? Ja, ich glaube auch. Ich wollte nur... Ich wollte nur meine neuen Waffen hier ausprobieren. So, am besten die Machete. Oh ja. Ich muss jetzt irgendjemanden suchen. Aber jetzt keine Unschuldigen. Ich möchte jetzt irgendjemanden... Der mich blöd anmacht oder so. Oder mich angreift. Man weiß ja nicht. Wo hat das eigentlich immer gesetzt? Ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht, ob da vielleicht... Die Banditen sich eingenistet haben. Kann ja sein, dass sie das überfallen haben und dann... Zu ihrer Basis gemacht haben. Du hast hier verlassen, ne? Ja. Okay. Danke gut und selber. Das freut mich sehr. Ich bin ein bisschen krank. Nase läuft und so. Nicht so geil, aber es wird schon. Ich spiele das gerade auch. Und weiß jemand, wie ich einen Zugüberfall starte? Hab das irgendwo verpennt. Herzlich willkommen. Ich hab's auch verpennt. Ich glaub, ich hab jetzt zweimal einen Zugüberfall gestartet. Und zwar ganz am Anfang. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das geht. Geht man nicht eigentlich einfach auf den Zug und dann raubt man die Leute aus? Ich weiß das auch nicht. Ähm, ich überlege. Ja, weil ich das jetzt auch... Ich hab das auch nicht sehr oft gemacht. Das ist jetzt das Problem. Einfach auf den Zug springen und ausrauben. Okay. Seht ihr? Ich hab das, glaub ich, auch nicht sehr oft gemacht. Deswegen weiß ich das nicht mehr. Stimmt. Du kannst ja mit dem Pferd richtig schnell neben den Zug reiten. Und dann kannst du raufspringen auf den Zug. Stimmt. Oh, nein, 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 nein. Da war ein Alligator. Stimmt. So war das. Das hab ich aber nur zweimal im Spiel gemacht. Deswegen, bitte. Wusste ich das jetzt auch nicht mehr so genau. Soll ich da rauf gehen? Ich bin sofort tot. Ich find jetzt keine Nebenaufgaben mehr. Soll ich eine Hauptaufgabe machen? Das wär die erste heute, oder? Nee, die andere war ja auch eine Hauptaufgabe, oder? Mit der Tante da. Auf die Schienen stellen und den Zug stoppen. Nee, du musst einen anderen da hinstellen. Nicht dich selber. Das wär nicht so schlau. Geh doch außerhalb von Missionen jederzeit. Stimmt. Ja, stimmt. Ich hatte es einmal privat probiert und es ist nach hinten losgegangen, weil ich dann die ganzen Gesetzeshüter... ...ja. ...an der Backe hatte. Wenn ich jetzt die Hauptmission mache, die Leute, die es gerade spielen und noch nicht so weit sind, möchte ich euch nicht spoilern. Außer es passiert jetzt wieder was lustiges. Und ja, ich reite gerade den falschen Weg entlang. War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Okay. Ich spiele eh erst in ein paar Jahren weiter. Rennt ja nicht weg. Danke, Killer. Oh, Killer ist ein vorbildlicher Mod. Wow. Wow. Da bin ich gar nicht gewohnt, dass... Killer loben. Zack! ... ... ... ... Vielen Dank.